Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Die Fablemans. In diesem Film geht es um die Familie Fableman, wo zum Beispiel der Vater Bird, gespielt von Paul Dano, den man zum Beispiel aus The Batman kennt. Dann Missy, die Mutter, gespielt von Michelle Williams, den man zum Beispiel aus dem Venom-Film kennt. Dann Reggie, die Tochter, Nummer 1, gespielt von Julia Butters, die man von Once Upon a Time in Hollywood kennt. Und die zweite Tochter, Keely Carsten, die noch in keiner größeren Produktion zu sehen war. Aber unser Fokus liegt auf Gabriel Labelle, den Sohn Sammy, den man aus Predator Upgrade kennt. Denn Sammy war mit seinen Eltern als kleines Kind in einer Kinovorführung und das hat ihn gleichzeitig beeindruckt und beängstigt zugleich. Irgendwie hat ihn das doch fürs Leben geprägt, denn er fing immer mehr an sich für Filme zu interessieren und nicht nur Filme zu konsumieren, sondern auch welche zu machen und welche Arbeit, welche Tricktechnik, Schnitttechnik und allem Zipp und Zapp, was dahinter steckt, war für ihn dann einfach mit der Zeit einfach eine Leidenschaft, die ihn nicht mehr losgelassen hat. Und ja, wir erleben so ein bisschen diverse Stationen von Sammy und seiner Familie. Wie er als kleines Kind das erste Mal im Kino war, wie er dann angefangen hat, selber kleine Filme zu drehen, bis hin, wo er dann schon etwas, sagen wir mal, etwas größere Sachen gemacht hat, die dann schon ein bisschen mehr Handlung hatten, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Substanz auch hatten. Und da der Film jetzt in den 50er, 60er Jahren spielt, war es auch nicht selbstverständlich, dass die Filme komplett vertont waren, also mit Stimmen und Synchronisation oder sowas. Nein, also bei musikalischer Untermalung hört es bei vielen Filmen da einfach schon auf. Was aber gar nicht so schlimm war, denn unser Sammy war sehr, sehr einfallsreich. Er hat Ideen gefunden, um die Filme mit einfachen Methoden sowas von aufzuwerten, dass die Filme richtig gut aussahen und die Menschen, die die gesehen haben, begeistert waren. Und auch so die viele Freunde, die er hatte, die waren auch immer begeistert gewesen, haben gerne mit ihm Filme gedreht und alles und so. Ja, und dann ging es irgendwie dann so ein bisschen auf eine neue Schule, denn der Vater hat eine neue Stelle bekommen und sie mussten umziehen. Und ja, in der neuen Schule lief es für Sammy dann nicht ganz so rund, hat dann auch teilweise auch gar keine Lust mehr gehabt, Filme zu drehen und so, war so ein bisschen mehr so, ja, weil er auch schon mal so ein paar Dinge gedreht hat oder beziehungsweise in den Filmen, die er gedreht hat, gesehen hat, die er nicht sehen sollte und auch nicht wollte. Und ein Ereignis hat ihn da so ein bisschen aus der Bahn geworfen und wollte dann eigentlich erst mal gar keine Filme mehr drehen. Aber ja, er hat sich dann doch noch mal ein bisschen für eine andere Richtung entschieden. Ja, so kann man den Film ungefähr zusammenfassen. Und ich muss sagen, der Film war richtig stark. Der Film war richtig, richtig stark. Wie man das geschafft hat, ich weiß nicht, ob das alles so real war, was da alles passiert ist, kann ich jetzt hundertprozentig nicht sagen. Aber wie er das wirklich geschafft hat, mit seinen Einfallsreichtungen und wenigen und einfachen Mitteln, die er hatte, wirklich Filme so aufzuwerten, interessant. Also wirklich interessant. Ob das wirklich so funktioniert, kann ich wirklich nicht sagen. Und dieser Film ist ja auch so eine Anlehnung an den Ressischer Steven Spielberg, der so ein bisschen mit dem Film so sich auch selbst so ein bisschen vergleicht, wie er so als kleiner Junge mit den Filmen und Filmemachern in Berührung gekommen ist. Und ja, deswegen hat auch Steven Spielberg hier auch Regie geführt, war auch mit als Produzent beteiligt, dies und das und so. Und ich muss sagen, ich bin von dem Film wirklich sehr beeindruckt. Also, ich hatte ja zum Beispiel bei The Batman hatte ich ja ein Problem mit Paul Dano gehabt, weil er war so als Riddler-Baragout gewesen, muss ich sagen. Aber als ihm dann die Maske abgenommen wurde, fand ich ihn vom Optischen her, hat es mich das so ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal, der hätte ich eher so irgendwas anderes erwartet. Weil der sah mir eigentlich zu nett für einen Riddler aus. Aber in dem Film hat der wirklich eine richtig gute Leistung abgeliefert, genauso wie die anderen. Der hat, also alle Leute, die da beteiligt waren, haben tausendprozentig in ihrer Rolle. Die waren tausendprozentig in ihrer Rolle. Also, das kann man wirklich nicht anders sagen. Es war so eine Achterbahn der Gefühle, mit vielen Auf und Abs und mit Erfolgen und Niederlagen und teilweise und sowas alles. Und, ähm, boah. Ja, also, der Film hat richtig Bock gemacht. Also, den Film kann ich echt sagen. Also, dafür lohnt es sich auf jeden Fall, eine Kinokarte zu holen. Denn, also, wenn man jetzt Krabum, Peng, Puff mag, dann ist der Film vielleicht nichts für einen. Aber wenn man mal ein bisschen was braucht mit einer guten Handlung, mit einer guten Story, die auch teilweise auch reale Verknüpfungen hat, mit guten Schauspielern, die wirklich tausendprozentig in ihrer Rolle sind, dann kann ich The Fablemans definitiv empfehlen. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, der Film hat richtig Bock gemacht. Die Schauspieler waren richtig gut. Die Story war richtig gut. Und da kann man sagen, dafür lohnt es sich tatsächlich, eine Kinokarte zu holen. Und ja, es war einfach ein Genuss, diesen Film zu sehen. Und ich gebe diesen Film, ja, zwischen 4 und 5 Totenköpfen, weil der Film einfach mega stark ist. Also für eine super geile Story mit Achterbahn an Gefühlen und alles. Also der Film bringt eine Menge mit, wo man sagen kann, der Film ist echt der Hammer. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann gebt mir doch ein Like und ein Abo. Und schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da gibt es jede Menge Links, wo das ein oder andere interessante vielleicht für euch dabei ist. Und wenn ihr auf diesen Link klickt oder einen von den Links klickt, dann kriege ich eine kleine Provision, durch die ich meinen Kanal noch mehr verbessern kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.